Musik Liebe Speedway-Fans, HiHotka Speedway-Video begrüßt Sie recht herzlich zum 42. Speedway-Einzelweltfinale, als hier im Slasny Stadion in Polen ausgefahren wird. Ja gut, anderthalb Stunden vor dem Rennen sind die Tribünen noch nicht groß gefüllt, aber ich kann Ihnen sagen, eine halbe Stunde bevor die Fahrer dann einmarschierten, waren gut 80.000 bis 90.000 Zuschauer in diesem Riesenstadion. Ja hier unten sehen wir einmal Calvin Theten, er geht die Bahn nochmal ab und er probierte nochmal, suchte natürlich dann wiederum die besten Startmöglichkeiten, aber das machen alle Fahrer und wir kommen somit einmal zur Fahrervorstellung. Hier sehen Sie die Maschinen aufgereiht, Maschine neben Maschine, abgenommen für das 42. Speedway-Einzelweltfinale. So, die Fahrer kamen auf Oldtimern, wurden sie in das Stadion eingefahren und sie wurden mit einem herzlichen Applaus, mit einer tollen Fanfare, wurden sie hier in diesem wunderbaren Stadion. Es passen ja insgesamt in dieses Stadion 120.000 Zuschauer. Es war also knapp mit 80.000 bis 90.000 Zuschauer nicht ganz gefüllt, aber wir machen somit erstmal die Fahrervorstellung mit der Start Nummer 1 aus Schweden. Jimmy Nielsen, sein erstes Weltfinale Nummer 2, der nicht ganz so freundliche Carly Meier, muss ich mal gleich dabei sagen, mit Platz 16 schloss er letztes Jahr beim Speedway-Weltfinale in Brettford ab. Dann kommen wir zu Amado Castagna, 21 Jahre ist er, fährt für Kingsland und Italien. Auf Platz 13 schloss er letztes Jahr zum ersten Mal einem Weltfinale anwesend. Neil Iwitz, er fährt für Brettford in England und für das englische Team. Dritter bei der Teamweltmeisterschaft 1986. Dann kommen wir zu einem der Vorausfavoriten, Hans Nielsen. Letztes Jahr und davor das Jahr schloss er auf einen zweiten Platz ab. Sein siebtes Weltfinale ist es insgesamt. Fünfmal wurde er schon Teamweltmeister und dieses Jahr wurde er schon Bar-Weltmeister, genauso wie Teamweltmeister. 1986, wie gesagt, Team- und Paarweltmeister. Sam Ermolenko überraschenderweise letztes Jahr Platz 3 belegt er in England. 25 Jahre ist er alt. Bei der Einzelweltmeisterschaft, wie gesagt, einmal Dritter bei der Teamweltmeisterschaft. Dieses Jahr Vize-Weltmeister und ebenfalls Vize-Weltmeister im Paarfahren. Mit Shira aus Wedding. Sein drittes Weltfinale ist es. Er ist 28 Jahre alt. Seine beste Platzierung war Platz Nummer 8. In welchem Weltfinale kann ich es sagen. Und das ist der amtierende Einzelweltmeister, sowie der amtierende Teamweltmeister, sowie der amtierende Paarweltmeister. Aus Dänemark, Erik Kundersen. Ja, er wird natürlich heute versuchen, seinen Titel zum dritten Mal zu verteidigen. Es wird natürlich schwer. Dann kommen wir zum kontinentalen Fahrer Antonin Kasper, der sich ja in Wiener Neustadt für dieses Weltfinale qualifizieren konnte. Für ihn ist es das zweite Weltfinale. Beim Paar-Weltfinale belegt er dieses Jahr den dritten Platz. Ein weiterer Favorit, Tommy Knudsen aus Dänemark. Platz 6 letztes Jahr. Sein drittes Weltfinale. Und bestes Ergebnis waren 1981 der dritte Platz. Hinter Bruce Penhall, Ole Olsen. Dann kommen wir zum dänischen Fahrer Jano Petersen. Tja, wie er einzuschätzen ist, wissen wir eigentlich alle gar nicht. Er hat im Interconti nicht gerade überzeugend gefahren. Bei der Teamweltmeisterschaft war er mit der Besten. Ja, hier hatten wir Calvin Teten ganz groß. Hello, Mom and Dad hat er gesagt. Grüße zu seinen Eltern, mit denen wir am Vorabend ein langes Gespräch hatten. Und er ist sehr zuversichtlich in dieses Rennen gegangen. Genauso wie dieser Mann. Er wurde zwar hier im Stadion stark ausgefiffen. Viktor Kuznetsov aus der Sowjetunion. 38 Jahre ist dieser Fahrer schon alt. Und jetzt ist sein zweites Weltfinale. Dann kommen wir zu Marvin Cox. Sein allererstes Weltfinale. Er konnte ja Jan Andersen in Bradford auf den Reserveplatz verdrängen. Er ist zwar stark müde, aber wir hoffen, dass er dafür starke Läufe hinlegt. Ja, Jan Andersen ist leider nicht angetreten hier zum Weltfinale. Dieses ist natürlich mit der Startnummer 15 Richard Dolomisiewicz, der als gesetzter polnische Fahrer natürlich in dieses Weltfinale kam. Dann als letzter Fahrer aus dem 16-Mann-starken Feld Chris Morten aus England. Sein drittes Weltfinale. Einmal Teamweltmeister und einmal Paarweltmeister geworden. Ja, die Pfiffe gelten natürlich hier dem Fahrer aus der Sowjetunion. Ja, welcher Fahrer dieses jetzt war, können wir nicht genau sagen. Mit der Startnummer 18 Reservefahrer Petro Wandirek aus der Champions-Würburkei. Welcher polnische Fahrer noch hier ins Weltfinale eingesetzt wurde, können wir nicht genau sagen. Da ja Jan Andersen nicht an den Start kam. Ja, und die Fahrervorstellung wurde gehalten. Wir machen noch einmal einen Rundschwenk. Und Sie sehen, dass sich das Stadion doch schon gefüllt hat. Es war jetzt noch, ja, jetzt ist es circa 10 Minuten vor Beginn des Rennens. Und Sie können sehen, das ganze Stadion bestand nur aus Sitzplätzen. Und wir hatten oben auf der Pressetribüne, wo wir jetzt langfahren, einen hervorragenden Sitzplatz mit dem Fernseher aus der Tschechoslowakei, aus Polen. Und mit Jorgen Doscheos aus Dänemark haben wir uns wieder hervorragend verstanden, so dass wir schon vorher überzeugt waren, einen optimalen Film herzustellen. Ja, die polnischen Fans, sie waren schon angetan. Überhaupt, dass ein Fahrer von ihnen, er wird ja gesetzt, in diesem Weltfinale reinkam. Ja, die Fahrer wurden dann in diesen Old Mobils dann wieder zurückgefahren. Und wir kommen somit zum Heat Nummer 1. Zum ersten Lauf der Speed B1 im Weltmeisterschaft. In Rot, Jimmy Nielsen, in Blau, Karl Mayer, in Weiß, Kastanier und in Gelb, Nielerwind. Wir kommen am besten weg. Mit Rot bleibt in Jimmy Nielsen, Karl Mayer außen auf den dritten. Jetzt zieht er nochmal lang. Mit Weiß ist es Kastanier auf den zweiten Platz. Oh, Karl Mayer fällt ganz weit zurück. Auf den dritten Platz jetzt vorgefahren, Niel Ebitz. Das heißt, auf den dritten Platz ist jetzt Kastanier und auf den zweiten Platz Niel Ebitz. Karl Mayer auf den vierten Platz zurückgefallen. Ja, da haben sie natürlich, ich hätte bald gesagt, in die Zange genommen, aber er war ja außen, aber Kastanier ließ sich etwas nach außen treiben. In Führung aber weiterhin Jimmy Nielsen, der 18-jährige Fahrer aus Schweden, der ja zum ersten Mal überhaupt an einem Weltfinale teilnimmt. Insgesamt 20 Jahre ist der alt. Venture muss noch dabei sein. Er fährt in der englischen Liga und natürlich auch für das schwedische Team. Er war mit einer der Überraschungen im schwedischen Team, die ja zwar abgestiegen sind aus der Gruppe beim Team-Weltfinale, aber sensationell beim ersten Meeting ja den zweiten Platz belegen. Ja, wir sind uns schon in der letzten Runde und immer noch in Führung. Jetzt schon auf der Zielgeraden. Jimmy Nielsen, der somit in seinem ersten Weltfinale gleich drei sichere Punkte nach Hause fährt. Und auf Platz zwei ist geblieben Neil Ewitz aus England. Zwei Punkte für ihn. Dann einen Punkt für Amado Kastanier. Und null Punkte. Carly Meyer, der es nicht mehr geschafft hat, Amado Kastanier auf den letzten Platz zu verdrängen. Ja, das war gleich wieder ein schwacher Start von Carly Meyer. Aber wie gesagt, schon vor dem Rennen, er war überhaupt nicht davon überzeugt. Er hatte so eine depressive Einstellung zu diesem Sport. Trotzdem, das war für uns eigentlich unverständlich. Kommen wir zum Lauf Nummer zwei. Mit Rot, Hans Nielsen. Mit Blau, mit Schira. Mit Weiß, Sam Ermolemko. Und mit Gelb, Erik Kundersen. Und die Experten sagten alle schon, dass dieser Lauf der entscheidende wäre. Denn wir treffen aufeinander der amtierende Weltmeister Erik Kundersen in Gelb, der Vize-Weltmeister Hans Nielsen in Rot und der drittplatzierte Sam Ermolemko. Wer kommt am besten weg? Hans Nielsen bleibt sehr schön innen. Sie drängen ihn nach innen, der Kopf hat sich ins Innenfeld. Und Erik Kundersen mit Gelb auf den ersten Platz ist hervorgefahren. Auf den zweiten Platz Hans Nielsen. Dritter Platz, Sam Ermolemko. Das ist ja genau der Einlauf aus dem letzten Jahr. Das war ein schwerer Fahrfehler von Hans Nielsen. Und jetzt werden natürlich schon wieder seine Nerven angegriffen. Wiederum in einem der äußerst wichtigsten Rennen. Erik Kundersen vor ihm. Auf den dritten Platz dann Sam Ermolemko, der Fahrer aus der USA. Und abgeschlagen schon auf den letzten Platz, mit Schirra aus Neuseeland. Ja, Erik Kundersen schon vorweg, er war ziemlich locker. Er hat das Ganze sehr locker gesehen. Er versprach sich von dieser Bahn, die ihm eigentlich sehr gut lag. Denn man konnte sie innen sowie außen fahren. Sie lag ihm besonders gut. Hans Nielsen, ein sehr ruhiger, in sich gekehrter Mann, der immer wieder in der britischen Liga einen Punktendurchschnitt klar führt. Aber wenn es darauf ankommt, gegen Erik Kundersen meistens unterliegt. Und so geht es über die Zielgerade. Und somit drei Punkte für den amtierenden, noch amtierenden Weltmeister Erik Kundersen. Zwei Punkte für den Vize-Weltmeister Hans Nielsen. Ein Punkt für den letztjährigen, drittplatzierten Sam Ermolemko. Und ohne Punkte mit Schirra Neuseeland. Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, wie Erik Kundersen und Hans Nielsen ihre nächsten Läufe abschneiden. Wie gesagt, die Experten tippten, dass dieses der alles entscheidende Lauf ist. Denn Kundersen und Nielsen würden wohl ihre nächsten Läufe alle gewinnen. Zum Lauf Nummer drei. Es geht weiter mit Rot, Tommy Knutzen. Blau, Jano Petersen. Weiß, Antonin Kaspar. Und Gelb, Calvin Tete. Und mit Rot geht in Führung Tommy Knutzen. Und mit Blau auf den zweiten Platz, der jetzt gerade aufschließt und auf den ersten Platz vorfährt. Mit Blau, Jano Petersen von Tommy Knutzen. Auf den dritten Platz mit Gelb, Calvin Tete. Und auf den letzten Platz, Antonin Kaspar. Jano Petersen. Oh, hervorragend, wie er sich hier in diesem Lauf, in der ersten Kurve gleich außen an Tommy Knutzen vorbeigeht. Oh, da schwerer Fahrfehler von Tommy Knutzen. Dieses nutzt natürlich Calvin Tete sofort aus. Der englische Fahrer, der letztes Jahr einen achten Platz belegte im Weltfinale. Da war er ja nur einzigster englischer Vertreter. Und jetzt liegt er hier auf den zweiten Platz. Auch er fährt ja in Coventry. Ich hätte bald gesagt in der englischen Liga, aber das wissen wir ja alle. In Führung aber weiterhin. Jano Petersen, sein Vorschläge in Friesen. Wo es Tommy Knutzen muss aufpassen, dass die noch Antonin Kaspar an ihm vorbeikommt. Und so geht es dann auf die Zielgerade. Und drei Punkte für den nur 1,58 Meter großen Jano Petersen und Calvin Tete. Er wird hier noch, er wird zweiter, bekommt zwei Punkte. Eric, Entschuldigung, nicht Eric Gundersen. Tommy Knutzen einen Punkt. Und ohne Punkte Antonin Kaspar, der noch versuchte, Tommy Knutzen anzugreifen. Ihn aber auf der Zielgerade nicht mehr einholte. Ja, und nun kommen wir zum Heat Nummer 4. Und zum ersten Mal ist der fast unaussprechliche Name am Start, Richard Dolomisiewicz. Es war ein Zungensprecher, er wird hier in Polen, wird er noch wesentlich anders gesprochen. Dolomisiewicz geht das. Aber das kriegen wir nicht alle so schnell hin. Und so bleibt es dabei. Richard Dolomisiewicz, Mavic Box in Blau, Chris Mortenweiß, Viktor Kuznetsov Gelb. Und diese vier Fahrer bestreiten Heat Nummer 4. Und Viktor Kuznetsov, letztes Jahr belegte er einen 15. Platz. Hat hervorragendes Maschinenmaterial bekommen von Eric Bayer. Und der Start ist erfolgt, er kommt am besten weg mit Rot. Ist es Richard Dolomisiewicz, der auf den zweiten, jetzt fällt er aber auf den dritten Platz zurück. Entführung mit Gelb. Viktor Kuznetsov in Führung. Auf den zweiten Platz mit Rot Dolomisiewicz. Auf den dritten Platz mit Weiß Chris Morten. Er hat natürlich alles versucht, Richard Dolomisiewicz auf den zweiten Platz zurückzulegen. Hier bleibt er weiter in, Chris Morten. Kommt aber etwas nach außen hin. Er hätte fast das Hinterrad von Dolomisiewicz berührt. Und jetzt zieht er außen dran vorbei, auf gleicher Höhe. Und diesen Fahrschild, den kennen wir ja von Chris Morten. Hervorragend, wie er jetzt außen an Dolomisiewicz vorbeigezogen ist. Entführung aber weiter in Viktor Kuznetsov. Riesen Vorsprung. Dort der Start Nummer 13, die er hat. Aber der Erich Bayer, er hat natürlich wieder hundertprozentige Maschinen für ihn hingeflogen. Und er war von den kontinentalen Fahrern eigentlich der Top-Favorit. Da er ja schon in Wiener Neustadt hervorragend Spiele gezeigt hat. Ja, mit Rot. Jetzt muss natürlich Dolomisiewicz aufpassen, dass nicht auch noch Mavic Cox an ihm vorbeigeht. Das wird natürlich schwierig für den Marvin. Aber zieht er noch in Heat Nummer 4, 4, 3 Punkte für Viktor Kuznetsov aus der UDSSR. 2 Punkte Chris Morten, England. 1 Punkt für Richard Dolomisiewicz. Und ohne Punkte Mavic Cox aus England. Tja, dann machen wir einmal so eine kleine Punktübersicht nach 4 Läufen. Die gewonnen haben bis jetzt Jimmy Nielsen, 3 Punkte, Erik Kundersen, 3 Punkte, Jano Petersen, 3 Punkte, Viktor Kuznetsov, 3 Punkte, 2 Punkte schreiben. Chris Morten, Kevin Tate, Hans Nielsen, Neil Iwitz. 1 Punkt schreiben, Amado Castaña, Sam Ermolenko, Tommi Knudsen, Richard Dolomisiewicz. Ohne Punkte sind Marvin Cox, Antonin Kasper, Mitschira, Kali Mayer. Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt gleich. In Heat Nummer 5 ist wiederum Viktor Kuznetsov am Start. Und hier muss er antreten gegen Hans Nielsen. Und jetzt ist es natürlich ziemlich schwierig. Jimmy Nielsen ist auch mit dabei. Das heißt also, Viktor Kuznetsov schwebe im ersten auf 3 Punkte, Jimmy Nielsen 3 Punkte, Hans Nielsen 2 Punkte. Und Antonin Kasper blieb in seinem ersten Audi-Jahr auf den letzten Platz 0 Punkte. Lassen wir uns überraschen. Wieder junge Schwede, Jimmy Nielsen, der ja in Blau startet. Ich gebe Ihnen die Startaufstellung nochmal. Mit Rot Viktor Kuznetsov, mit Blau Jimmy Nielsen, mit Weiß Hans Nielsen, mit Gelb Antonin Kasper. Der kommt am besten weg mit Weiß. Hans Nielsen auf den ersten Platz, auf dem zweiten Platz Jimmy Nielsen. Dritter Viktor Kuznetsov wird aber angegriffen von Gelbner Antonin Kasper. Viktor Kuznetsov auf den dritten Platz, Jimmy Nielsen 2 Punkte. Und Kuznetsov kommt von außen, versucht Jimmy Nielsen anzutieren, zieht aber schön nach innen rein auf gleicher Höhe. Hervorragend, wer hier Jimmy Nielsen ausgetrickst hat. Wunderbar von diesem Fahrer Viktor Kuznetsov. Jimmy Nielsen nun dritter, aber in Führung. Klar, Vorsprung Hans Nielsen. Und das stärkt natürlich seine Nerven wieder. Aber es könnten wichtige Punkte führen werden. Denn dann weiß er, ein 3-Punkte-Fahrer Viktor Kuznetsov, sollte er diesen Lauf gewinnen, Hans Nielsen. Hat er dann schon geschlagen und hat mit ihm gleichgezogen. Das ist ja wichtig für einen Mann, so etwas zu wissen. Dass er einen Fahrer, der in seinem ersten Lauf gewonnen hatte, als Hans Nielsen diesen schlagen konnte. Es geht in die letzte Runde, in Führung immer noch Hans Nielsen. Auf Platz 2 Viktor Kuznetsov. Auf den dritten Platz Jimmy Nielsen. Abgeschlagen auf den letzten Platz Antonin Gaspor. Hans Nielsen erfreut sich. Zog die Maschine etwas hoch. 3 Punkte schreibt er in diesem Lauf. Schreibt insgesamt 5 Punkte. 2 Punkte Viktor Kuznetsov. Schreibt ebenfalls jetzt insgesamt 5 Punkte. Einen Punkt Jimmy Nielsen. Er schreibt 4 Punkte. Bei Antonin Gaspor bleibt es bei 0 Punkten. Da er auch in seinem ersten Outing 0 Punkte schlief. Herr, liebe Fans, es geht weiter mit Hit Nummer 6 an den Start kommen. Mit Rot, Marvin Cox. Einen Punkt schreibt er zur Zeit. Dann Tommi Knutzen kommt an den Start. Er schreibt zur Zeit ebenfalls einen Punkt. 0 Punkte Kali Meier in Weiß. Und Sam Ermo Lenko ebenfalls einen Punkt schreibt er. Eine Chance für Karl Meier in diesem Lauf Punkte zu schreiben. Aber warte, was Karl Meier macht. Rot, Martin Cox. Blau, Tommi Knutzen. Weiß, Karl Meier. Und Gelb, Sam Ermo Lenko. Und Karl Meier, wo ist er? Er zieht auf den dritten, aber er fällt auf den letzten Platz zurück. In Führung aber Tommi Knutzen in Führung vor Weiß. Na, nicht Weiß. Karl Meier auf den zweiten Platz. Sondern Gelb ist es. Sam Ermo Lenko auf den zweiten Platz. Und auf den dritten Platz. Marvin Cox. Cox, nein, der ist auf den letzten Platz. Karl Meier auf den dritten Platz. Und Marvin Cox auf den letzten Platz. In Führung Tommi Knutzen vor Sam Ermo Lenko. Kali Meier. Und auf den letzten Platz Marvin Cox. Oh, Marvin Cox ergreift an mit dem Vorderrad. Fährt er durchs Innenfeld. Karl Meier, du musst mehr nach innen ziehen. Herr Magen versucht es außen so wie innen. Karl Meier will ja seinen ersten Punkt jetzt schreiben. Zur Zeit hat er noch 0 Punkte auf dem Konto. Der Kampf an der Spitze hat sich nicht groß geändert. Tommi Knutzen weiter in den Führung. Und Karl Meier muss aufpassen. Der Marvin, der kommt von innen. Der probierte es in. Aber diesmal hat Karl Meier schön dicht gemacht. Zieht wiederum nach außen. Muss jetzt nach innen ziehen. Und die Zielgeraden. Drei Punkte Tommi Knutzen. Und jetzt sehen wir es noch. Auf der Zielgeraden hat es Marvin Cox doch noch geschafft. Karl Meier einen wichtigen Punkt strahlich zu machen. Karl Meier auf den letzten Platz zurückgefallen. Somit drei Punkte Tommi Knutzen. Schreibt somit insgesamt vier Punkte. Zwo Punkte Sam Ermoleńko. Er hat somit insgesamt drei Punkte. Einen Punkt Marvin Cox war sein erster am heutigen Tage. Und für Karl Meier bleibt eine 0 am Ende. Noch keinen Punkt hat er an diesem Tag gefahren. Hed Nummer 6 war das. Es geht weiter mit Hed Nummer 7 in Rot. Jan Pedersen. Jan Pedersen. Drei Punkte schreibt er. Dann mit Blau. Richard Dolomisiewicz. Einen Punkt hat er auf seinem Konto. Mit Schira in Weiß. Null Punkte. Amado Castagna in Gelb aus Italien. Einen Punkt. Rot, Jan Pedersen. Blau Dolomisiewicz. Weiß mit Schira. Gelb Amado Castagna. Und wer kommt am besten weg? Mit Rot ist es. Jan Pedersen auf Platz 1. Mit Blau dann auf dem... Mit Gelb ist dann auf den zweiten Platz vorgefahren. Amado Castagna auf den zweiten Platz. Und auf den dritten Platz Richard Dolomisiewicz. Auf dem letzten Platz mit Weiß mit Schira. In Führung aber weiterhin. Jan Pedersen. Vor Castagna. Dolomisiewicz. Und mit Schira. Der Vorspiel von Jan Pedersen hat sich wesentlich vergrößert. Er braucht fast keinen Gegner zu fürchten. Das kann ja sicher auf den zweiten Platz. Auf den dritten Platz Dolomisiewicz. Und jetzt geht es dann auf die Ziellage. Und drei Punkte für... Ja, und da hören Sie den Jubel. Richard Dolomisiewicz hat es doch noch geschafft. Amado Castagna zu überholen. Aufgrund eines Fahrfehlers. Das konnten wir nicht im Bildtest halten. Somit zwei Punkte Richard Dolomisiewicz. Drei Punkte aber für Jan Pedersen. Zwei Siege heute schon. Sechs Punkte insgesamt. Zwei Punkte Richard Dolomisiewicz. Er schreibt drei Punkte. Einen Punkt Amado Castagna. Zwei Punkte schreibt dieser nun. Und ohne Punkt mit Schira. Ebenfalls Michael Mayer. Null Punkte. Mit Rot. Neil Iwitz am Start. Zwei Punkte schreibt er. Erik Gundersen. Drei Punkte in blau. In weiß mit zwei Punkten. Kelvin Tate. Und in gelb. Chris Morten. Ebenfalls zwei Punkte. Erik Gundersen im blau. Er muss natürlich jetzt wieder zeigen, dass er der berühmt-berüchtige schnelle Starter ist. Mit Rot. Neil Iwitz zieht nochmal zurück. Er muss gegen drei englische Fahrer antreten. Neil Iwitz. Kelvin Tate. Chris Morten. Und wer kommt am besten weg? Oh, Erik Gundersen. Auf den letzten Platz ist er zurückgefallen. In Führung geht mit Rot. Neil Iwitz. Auf den zweiten Platz. Mit weiß ist es Kelvin Tate. Auf den dritten Platz. Chris Morten. Mit blau Erik Gundersen. Auf den allerletzten Platz. Oh. Oh. Was geht hier vor? Was geht hier vor? Was ist mit Erik Gundersen los? Es war ein miserabler Start, den er uns da gezeigt hat. Und die drei Engländer, sie versuchen ihn natürlich jetzt abzuglocken. Denn für Neil Iwitz oder Kelvin Tate. Sieht es ja hervorragend aus. Sie haben zwei Punkte gefahren. Und sollten sie Erik Gundersen hinter sich lassen, so sind sie punktgleich. In Führung Neil Iwitz, von Kelvin Tate. Und Chris Morten. Erik Gundersen. Er bleibt in der Versuch, Chris Morten noch anzugreifen. Aber Chris Morten, wir kennen ja seinen Fahrstil. Er bleibt sehr schön innen. Schaut sich immer wieder um. Wo ist der Erik Gundersen? Aber jetzt ist der Vorschlag schon wesentlich größer geworden von Chris Morten auf Erik Gundersen. In Führung aber weiterhin Neil Iwitz vor Kelvin Tate. Das wären natürlich wichtige Punkte, die hier Erik Gundersen verlieren sollte. Es geht auf die Zielgerade. Und es wird sich nichts mehr an diesem Ergebnis ändern. Und ich glaube, das ist die erste Sensation, die wir heute hier im Slasny Stadion zu Polen sehen. Genauer gesagt sind wir ja hier in Katowic. Und das sind dann, wollen wir einmal Punkte ausdrücken. Drei Punkte für Neil Iwitz kommt somit auf fünf Punkte. Zwo Punkte Kelvin Tate schreibt insgesamt vier Punkte. Einen Punkt für Chris Morten schreibt somit insgesamt drei. Sensationell ohne Punkte. Der noch hantierende Weltmeister Erik Gundersen. Er bleibt bei drei Punkten stehen. Aber das ist, glaube ich, doch die erste große Überraschung. Und Hans Nielsen, er wird sich natürlich wundern und freuen. Machen wir jetzt einmal eine Punkteübersicht mit insgesamt sechs Punkten auf dem ersten Platz. Auch sensationell. Jano Pedersen. Ja, was sollen wir jetzt noch Punkte sagen? Hier sehen wir Jorgen Oceos vom dänischen Fernsehen mit seinem Chorkommentator. Leider wissen wir den Namen nicht davon. Wir haben uns sehr hervorragend mit diesen Leuten verstanden. Und auch rechts kamen noch mal ins Bild. Die beiden tschechischen Teilnehmer, die ganz überrascht waren, dass wir mit unserer kleinen Kamera schon einen Titeladapter, Titel einblenden können. Das konnten sie gar nicht fassen. Sowas können diese Leute noch nicht mal selbstständig in ihrem eigenen Fernsehprogramm. Und umso mehr hat uns dies natürlich erfreut. Wie gesagt, in Führung liegen Jano Pedersen mit sechs Punkten. Auf dem zweiten Platz Viktor Kusnetzow und Hans Nielsen mit fünf Punkten. Und vier Punkte schreiben Domi Klutzen, Jimmy Nielsen und Calvin Thede. Dann kommen wir zum Lauf Nummer neun. In Rot, Sam Ermolenko. In Blau, Chris Morten. In Weiß, Jimmy Nielsen. Und in Gelb, Jano Pedersen wiederum an den Start. Wer kommt am besten weg? Jimmy Nielsen mit Weiß auf den ersten Platz. Auf den zweiten Platz, Jano Pedersen jetzt und auf den dritten Platz. Sam Ermolenko auf den letzten Platz, Chris Morten mit Weiß, Jimmy Nielsen. Vor Gelb, Jano Pedersen. Und Blau ist es doch, Chris Morten auf den dritten Platz und mit Rot, Sam Ermolenko auf den letzten Platz. Ah, Jimmy Nielsen, dieser junge Fahrer, 20 Jahre, ebenfalls sein allererstes Weltfinale jetzt hier. Noch nie in einem so großen Finale gewesen, außer jetzt natürlich beim Team-Weltfinale, das ja in Schweden, in Boyens und in Brettford ausgefahren wurde. Und er war da schon eine Sensation. Und er fuhr für das schwedische Team die zweithöchste Punktzahl. Aber wie gesagt, sie sind abgestiegen. Ja, da hat Chris Morten einen schweren Fahrfehler. Oh, und da werden sie bald zusammengefahren. Und da ist ja ausgefallen, Chris Morten, ein, der gibt nochmal Gas, Sam Ermolenko somit auf den dritten Platz. Aber in Führung liegen immer noch Jimmy Nielsen. Das ist natürlich jetzt ein wichtiger Punkt, den Jano Pedersen abgeben wird auf die letzte Zielrate. Und drei Punkte für Jimmy Nielsen. Zwei Punkte mit Jano Pedersen einen Punkt Sam Ermolenko und ohne Punkte Chris Morten. Somit schreiben Jano Pedersen Jimmy Nielsen insgesamt sieben Punkte. Jano Pedersen acht Punkte. Sam Ermolenko vier Punkte. Chris Morten drei Punkte. Und weiter geht's in Heat Nummer zehn. Schlag auf Schlag ging es hier im Stadion. Das Wetter ließ uns auch nicht im Stich. Startaufstellung Heat Nummer zehn. In rot Calvin Tatum. In blau Hans Nielsen. Und er weiß, dass Erik Gundersen wichtige Punkte abgegeben hat. Dass jetzt auch Jano Pedersen einen Punkt abgegeben hat. Das ganze Weltfinale ist wieder offen. Und dann mit der Startnummer 15 der polnische Fahrer Richard Dolomisiewicz der natürlich von seinen Fans hier angefeuert wurde. Sobald er einmal etwas weiter vorne fahre lag das Stadion ihn zu püßen. Er wurde angefeuert. Er wurde angestrien. Er wurde nach vorne gepeitscht. Und dann unser deutscher Teilnehmer Karl Mayer sind wir gespannt wie er hier abschneidet. Ebenlauf Nummer zehn. Oh und ein Fehlstart. Karl Mayer bleibt gleich stehen. Nein, es war kein Fehlstart. Die Startmaschine hat etwas versagt. Rechtseitig geht das Band im hoch. Drehrand Heat Nummer zehn. Calvin Tatum in rot. Hans Nielsen in blau. Richard Dolomisiewicz in weiß. Und Karl Mayer in gelb. Wir lassen uns überraschen. Was macht Karl Mayer jetzt mit gelb? Hervorragend kommt er weg. Zieht auf den zweiten. Aber innen mit blau. Calvin Tatum. Calvin Tatum auf den ersten Platz. Hans Nielsen kommt jetzt von innen. Bleibt sehr schön innen drin. Verschafft er es jetzt noch Calvin Tatum abzudringen. Schade, dass wir jetzt keine Bilder von der Familie Tatum haben. Mit blau ist es jetzt aber Hans Nielsen vor Calvin Tatum. Und auf den dritten Platz Karl Mayer sollte es sein erster Punkt werden, den er heute schreibt. Auf den letzten Platz der polnische Fahrer Richard Dolomisiewicz. Und ob Sie es glauben oder nicht, meine Damen und Herren. Karl Mayer versuchte hier einen besonderen Kurs zu fahren. Er schaffte es nicht immer seine Maschine gut durch diese Runden zu bringen. Aber was soll's. Vielleicht wiegt ihm diese Bahn nicht. Er hat schon bessere Rennen gezeigt. Erinnern wir uns nur in Focking die Bahn, die ihm ja eigentlich überhaupt nicht wiegt. Hat er beim Parwelsfinale 22 Punkte gefahren. War drittbester Fahrer bei diesem Parfinale. Man kann nicht jeden Tag eine besondere Leistung zeigen. Obwohl wir dem Kali sie natürlich gönnen werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Zieleinlauf in Lied Nummer 10. Drei weitere Punkte für Hans Nielsen. Er schreibt somit insgesamt acht Punkte und hat mit Janow Petersen gleichgezogen. Zwo Punkte Calvin Tatum. Zum dritten Mal belegt er einen zweiten Platz. Sechs Punkte schreibt er somit insgesamt. Einen Punkt für Karl Mayer. Sein allererster am heutigen Tag. Null Punkte für Richard Dolomisewitsch. Er bleibt bei drei Punkten. Einen Punkt für Mayer. Ja, wir haben sich vielleicht die Hindernung und wird einen Punkt für Mayer. Gott sei Dank hätten wir überall gesagt. In Miet Nummer 11 am Start Erik Gundersen in rot. Drei Punkte hat er jetzt auf den Konto. In blau Antonin Caspar. Einen Punkt. Amado Castaña. Entschuldigung. Drei Punkte Erik Gundersen. Null Punkte Castaña. Caspar. Drei Punkte Castaña. Einen Punkt Marvin Cox. Wer kommt am besten weg? Mit Rot ist es Erik Gundersen wieder vor Gelb. Marvin Cox und blau auf den weiß auf den dritten Platz. Amado Castaña. Und auf den letzten Platz Antonin Caspar. Erik Gundersen. Marvin Cox. Amado Castaña. Und auf den letzten Platz Antonin Caspar. Oh, da Castaña fällt auf den letzten Platz zurück. Mit blau. Antonin Caspar somit dritter jetzt. Auch er möchte seinen ersten Punkt am heutigen Tag schreiben. Erik Gundersen. Riesen groß sein Vorsprung. Es geht in die letzte Runde für ihn. Er muss versuchen Punkte zu schreiben. Hat wichtige Punkte abgegeben in dem Lauf als er nur letzter wurde. Aber hier zeigt er wieder. Aufgrund seines guten Starts liegt er natürlich in der letzten Kurve in Führung. Und somit gibt es drei Punkte für Erik Gundersen. Zwo Punkte für Marvin Cox. Einen Punkt Antonin Caspar. Und ohne Punkte bleibt der italienische Fahrer Amado Castaña. Somit schreibt insgesamt sechs Punkte nun Erik Gundersen. Drei Punkte schreibt Marvin Cox. Zwo Punkte Amado Castaña. Einen Punkt für Antonin Caspar. Ja und jetzt geht es wieder richtig rund im Heat Nummer Zwölf. Dort kommen wir an den Start. Hier sehen wir sie schon. Mit der Start Nummer 13. Fünf Punkte schreibt er Viktor Kuznetsov. Mit der Start Nummer vier. Innenblau. Fünf Punkte schreibt er ebenfalls Nurewitz. Mit der Start Nummer zehn. Vier Punkte schreibt er Tommi Knudsen. Mit der Start Nummer sieben. Null Punkte schreibt er. Mit Gelb. Mit Schira. Sind wir gespannt, wer von diesen drei Fahrern, die je fünf beziehungsweise vier Punkte haben, hier einen Sieg nach Hause fahren kann. Wichtig wäre es, vielleicht für Neil Ewitz hier zu gewinnen. Denn dann hätte er mit Hans Nielsen und Janu Petersen gleich geschlossen. Punktemäßig. Nach Heat Nummer zwölf. Denn dann folgt ja wie immer in einem Weltfinale eine Pause, die natürlich von uns nicht aufgenommen wird. Aber kommen wir zum Start. Rot Kuznetsov, Blau Ewitz, Weiß Knudsen, Geld Schira. Wer kommt am besten weg? Mit Weiß nicht. Tommi Knudsen in Führung. Auf den zweiten Platz Viktor Kuznetsov. Der innen bleibt. Aber jetzt fällt er zurück. Auf den dritten Platz dann mit Blau Ewitz und mit Schira. Wieder weit zurückgefallen auf dem letzten Platz. Oh, das war natürlich sehr knapp. Viktor Kuznetsov. Ein harter, aber trotzdem fairer, aber draufgängerischer Fahrer. Hier wird aber angegriffen von Blau Ewitz, der auf dem dritten Platz liegt. Ah, Neil Ewitz verschenkt natürlich unten jetzt, wenn er nicht packt. Oh, Kuznetsov, haben die das gesehen, mit dem Vorderrad durchs Grün gefahren. Er muss auch passen. Vielleicht kann er auch die Zentimeter gut abschätzen, dass er genau weiß, hier nicht weiter darf ich fahren, sonst werde ich disqualifiziert. Und auf dem dritten Platz kommen wir noch mal zu dem Fahrer mit Blau Ewitz. Es wäre für ihn besser gewesen, wenn er weiter vorne legt. Wie gesagt, er hätte bei einem Sieg mit Hans Nils und Jano Petersen gleich schließen können. So sieht es aber aus, dass auf den ersten Platz Tommi Knutzen in Lauf Nummer 12 abschneidet, drei Punkte fährt und somit mit sieben Punkten abschließt. Dann auf den zweiten Platz der russische Fahrer Viktor Kuznetsov schreibt ebenfalls jetzt insgesamt sieben Punkte. Einen Punkt für Neil Ewitz, der jetzt auf sechs Punkte kommt und Mitschira bleibt bei null Punkten. Ja, dann machen wir einmal die Punkteübersicht. Es ist sehr, sehr spannend, können wir nur sagen. Mit insgesamt acht Punkten auf den ersten Platz liegen Jano Petersen und Hans Nilsen. Dann folgen mit sieben Punkten, ist glaube ich eine Riesenüberraschung, Jimmy Nilsen aus Schweden. Mit sieben Punkten Viktor Kuznetsov aus der Sowjetunion. Und mit sieben Punkten Tommi Knutzen. Ja, welcher Fahrer schafft es, sich noch weiter nach vorne zu bringen? Mit sechs Punkten dann Neil Ewitz, Erik Kundersen und Calvin Tate. Mit vier Punkten Sam Erwolenko, dann drei Punkte Chris Morten, Richard Dolomisiewicz, Marvin Cox, zwei Punkte Amado Castaña, einen Punkt Antonin Kaspor, Karl Mayer und auf den letzten Platz Mitschira. Und somit geht es weiter zu den letzten sechs Läufen, zu den letzten acht Läufen zum Heat Nummer 13 in Rot mit Schira. Null Punkte schreibt er. In blau Calvin Tate, sechs Punkte, dreimal am Start, dreimal zweiter Platz. Marvin Cox, drei Punkte schreibt er in weiß und in gelb wiederum am Start Jimmy Nilsen. Ja, Jimmy Nilsen und Calvin Tate, sie wittert natürlich noch Chancen. Sie liegen nur zwei Punkte zurück. Und in diesen letzten beiden Outings, die sie ja noch fahren müssen, dieses und im Lauf Nummer 19 kommt noch mal Calvin Tate an den Start. Im Lauf Nummer 17, Jimmy Nilsen. Könnten sie noch für eine Sensation sorgen. Wer kommt am besten weg? Wie sieht es aus? Mit blau ist es erstmal Calvin Tate in der Entführung geht. Jimmy Nilsen ganz außen mit gelb auf den zweiten Platz und auf den dritten Platz mit Rot mit Schira. Sein erster Punkt wird es hier. Und auf den letzten Platz Marvin Cox. Ja, Calvin Tate, Calvin Tate auf den dritten Platz. Alles hervorragend. Dreimal ist er schon zweiter geworden. Das könnte, dann sollte er diesen Sieg nach Hause fahren. Neun Punkte werden. Es kann für einen vordersten Platz reichen. Freitagabend, als der Mitfamilie Calvin und Mitfamilie Tate bemüglich beisammen saßen, sagte uns der Vater, wenn er einen achten, neunten oder vielleicht einen Platz unter den ersten fünf belegen würde, wären sie so zufrieden, würden mich riesig drüber freuen. Denn Sie wissen alle ganz genau, liebe Zuschauer, Calvin Tate ist nicht gerade einer der beliebtesten Fahrer in England. Er hat es auch in diesem Jahr wieder so gemacht, dass er einen Fahrer, nämlich Marvin Cox, fast aus das Weltfinal rausflucht hat. Zieleinlauf aber im Heat Nummer 13. Drei Punkte für Calvin Tate, zwei Punkte für Jimmy Nilsen, einen Punkt mit Schira und ohne Punkte Marvin Cox. Das bedeutet, neun Punkte schreiben Marvin Cox, äh, Entschuldigung, neun Punkte schreiben Calvin Tate und und Jimmy Nilsen. Drei Punkte Marvin Cox und der erste Punkt für Mitfamilie Tate. Die riesengroße Chance ist da. Kommen wir aber zum Heat Nummer 14. Kali Mayer wieder am Start. Einen Punkt hat er insgesamt. Dann Viktor Kuznetsov mit sieben Punkten am Start. Mit weiß Erik Gundersen und sechs Punkte. Mit gelb Jano Pedersen, acht Punkte hat er. Wir sind natürlich jetzt gespannt, was macht Erik Gundersen. Fährt er gegen Jano Pedersen, der ja zwei Punkte Vorsprung hat. Und, äh, oder lässt Erik Gundersen, Jano Pedersen vorrecht? Denn diese beiden, Jano und Erik Gundersen, sie fahren in der englischen Liga für Cradley, sind sozusagen Mannschaftskameraden. Und wir wissen ja alle ganz genau, welche Differenzen es letztes Jahr mit Hans Nils und Ole Olsen gegeben hat. Wir sind natürlich jetzt gespannt, was Erik Gundersen macht. Er hat einen sehr schlechten Start, kommt auf den letzten Platz in vier Führung. Mit gelb ist es Jano Pedersen auf den zweiten Platz. Viktor Kuznetsov. Ja, Karl Mayer, oh, er fällt wieder zurück. Er lässt sich wieder zurückdrängen. Aber er ist noch auf den dritten, noch vor Erik Gundersen. Noch vor Erik Gundersen, der jetzt von außen kommt. Den Fahrstil kennen wir doch aus England, aus Bradford. Und da ist es geschehen. Karl Mayer auf den letzten Platz zurückgefallen. Aber das ist nicht ganz so tragisch. Gegen diese drei Fahrer kann man eigentlich nur gut aussehen und nicht schlecht aussehen. In Führung aber weiterhin Jano Pedersen. Und er schreibt, oh oh, zählen wir zusammen. Es wären 8 Punkte plus drei. Es wären 11 Punkte. Und dann kommt der nächste Lauf Hans Nils an den Start, der ja auch 8 Punkte schreibt. Es ist schon fantastisch, wie spannend, wie Nerven aufreiben dieses Rennen hier in Katowice im Stadion. Ausgetragen wird. Und Zieleinlauf in Hietnummer 14. Drei weitere Punkte für Jano Pedersen. Er legt zurzeit mit 11 Punkten in Führung dann. Auf Platz 2 Viktor Kuznetsov schreibt ebenfalls 9 Punkte. Dann auf den dritten Platz Erik Gundersen. Er kommt auf insgesamt 7 Punkte. Hat keine Chance mehr, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen. Somit können wir jetzt schon sagen, es gibt einen neuen Speedway Einzelweltmeister für 1916 und 18. Karl Mayer bleibt bei einem Punkt. Mehr lag auch in diesem Lauf zu wenig drin. Jetzt geht es weiter. Lauf Nummer 15. Und hier wird es wieder sehr, sehr spannend. Denn in Rot Chris Morten. Er schreibt zuerst 3 Punkte. Gastania 2 Punkte. Dann Tommi Knutzen 7 Punkte. Und Hans Nilsen 8 Punkte. Wie gesagt, eben haben wir schon angesprochen, die Differenzen zwischen Ole Olsen und Hans Nilsen. Ole Olsen hatte ja Hans Nilsen aus dem Teamverband. Und dann waren ja auch nicht die besten Freunde. Tommi Knutzen. Erik Gundersen sind gute Freunde. Aber natürlich zu Hans Nilsen ist irgendwie eine etwas gedrückte Stimmung. Und wer kommt am besten weg? Mit Weiß ist es. Tommi Knutzen. Tommi Knutzen auf den ersten Platz. Hans Nilsen, der bleibt in. Wie schaut es aus? Kommen Sie? Ja, Tommi Knutzen auf den ersten Platz. Hans Nilsen, der bleibt sehr schön in. Tommi Knutzen kommt weit nach außen. Hans Nilsen, der zieht von hinten drauf. Oh, da stürzt Tommi Knutzen. Eieieieiei. Jetzt sah es natürlich so aus. Im ersten Moment, als wenn sich die Maschinen berührt haben. Aber liebe Zuschauer, schauen Sie sich einmal dieses ganz genau an. Spulen Sie die Kassette nochmal zurück. Und Sie können ganz genau erkennen, dass Tommi Knutzen, als Hans Nilsen ihn überholen wollte, schon die Maschine umlegte. Und wir müssen jetzt gleich noch dabei sagen, es hat noch eine schwere Verletzung hingegeben. Und hier sehen Sie, Erik Gundersen, wie er nach Tommi Knutzen hinläuft. Schön, das machen andere Fahrer auch. Aber irgendwie ist das dann immer so im Hinterstückchen, dass man weiß, dass sich, obwohl sie ein Team bilden, diese dänischen Fahrer, nicht alle ganz geheuer sind. Ja, Amado Castagna ist in diese fliegende Maschine von Tommi Knutzen gefahren. Das heißt, die Maschine ist von der Wande zurückgesprungen, hat Amado Castagna voll am Bein getroffen. Erst sah es so aus, als wenn es Hans Nilsen gewesen wäre. Und die dänischen Reporter, die hinter uns saßen, standen unter Schock. Aber es war Castagna, der das Bein gebrochen hat. Ja, Tommi Knutzen ist disqualifiziert worden. Dafür kommt dann der Reservenfahrer Peter Wandirek am Start. Und, äh, Entschuldigung. Und, äh, für Castagna ist natürlich Wandirek am Start. Aber kommen wir zum Rehran. Lied Nummer 15. Hans Nilsen sofort natürlich in Führung gegangen. Und somit ist die Spannung natürlich jetzt riesengroß. Auf den ersten Platz Hans Nilsen. Auf den zweiten Platz Peter Wandirek. Und auf den dritten Platz Chris Morten. Ja, der Chris Morten könnte hier schöne Punkte noch schreiben. Sollte er noch. Peter Wandirek. Oh, da schafft er es auch schon. Zog innen dran vorbei. Ganz kurz war es im Bild zu sehen. Die Kamera bleibt etwa stehen. Nein, Chris Morten immer noch auf den dritten Platz. Er versucht es jetzt von außen. Bleibt aber weiterhin auf der dritten Position. Peter Wandirek zum ersten Mal am Einsatz heute. Chris Morten wiederum nach außen. Aber jetzt zieht er nach innen. Jetzt könnte er es schaffen. Gleich in Höhe. Ah, hervorragend, wie Chris Morten das gemacht hat. Peter Wandirek jetzt somit auf den dritten Platz. Hans Nilsen, wir hätten ihn fast ganz vergessen. Mit riesen Vorsprung. Sie haben den Kameraschwenk gesehen. Drei wichtige Punkte. Und er schreibt damit elf Punkte. Und zieht mit Jan of Pedersen gleich. Ja, das ist fantastisch. Alles entscheidet sich. Schauen wir einmal auf den weiteren gegen. Im allerletzten Lauf, im allerletzten Lauf, dann müsste Hans Nilsen gegen Jan of Pedersen fahren. Aber Punkteverteilung im Heat Nummer 16. Entschuldigung, Heat Nummer 15. Drei Punkte Hans Nilsen. Zwei Punkte Chris Morten. Einen Punkt für Peter Wandirek, der ja als Reservefahrer für Amado Castagne auf die Bahn kam. Ohne Punkte Tommi Knutzen, der disqualifiziert worden war. Tommi Knutzen hat sich dann noch eine große Phase erlaubt. Vor lauter Ärger, dass er disqualifiziert wurde. Ist er mit einem Wien durch Start und Zielwand gerast. Was natürlich eine anschließende Strafe auf sich zog. Vielleicht 500 oder 1.000 Mark. Kommen wir zum Heat Nummer 16. Mit Rot, Antonin Kaspar. Mit Blau, Sepp Ermolenko. Mit Weiß, Nil Ebitz. Und mit Gelb, Richard Dolomisiewicz. Ja, der Name klappt ja jetzt doch schon etwas besser. Schauen wir mal die Spannung auf der Startbahn. Es geht hoch, der kommt am besten weg. Mit Blau geht sehr schön innen. Sehen wir es jetzt. Blau, hervorragend hier. Mit Gelb ist es aber erstmal Richard Dolomisiewicz auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Platz mit Blau, Sepp Ermolenko. Auf dem dritten Platz mit Rot ist es dann Antonin Kaspar. Dolomisiewicz in Führung. Das Volk ist gut. Sie können es zwar nicht direkt hier hören. Ja, aber jetzt extra nichts zu sagen. Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war in dem Stadion. Dolomisiewicz auf dem ersten Platz. Wird aber angeritten von Sam Ermolenko. Und auf dem dritten Platz mit Weiß, Nil Ebitz. Und wir haben Sam Ermolenko. Er blieb sehr schön innen. Ah, da drängt er natürlich Richard Dolomisiewicz auf den zweiten Platz zurück. Hervorragend von Sam Ermolenko. Aber auch von diesem jungen polnischen Fahrer, der die totale Unterstützung von dem Publikum hatte. Der hier fantastische Leute zeigt. Und er muss natürlich jetzt aufpassen. Das nicht noch. Nil Ebitz. Ja, Nil Ebitz. Er verliert auch hier wieder wichtige Punkte. Das er nicht noch gegen Nil Ebitz. Einen Punkt verliert. Zieleinlauf aber im Lauf Nummer 16. Drei Punkte. Sam Ermolenko. Der somit insgesamt sieben Punkte schreibt. Zwei Punkte. Richard Dolomisiewicz. Er kommt auf insgesamt fünf Punkte. Und das polnische Volk. Es feiert ihn. Trotz hin, dass er erst fünf Punkte hatte. Ja, hören Sie sich das genau an. Ja, und dann null Punkte. Antonin Caspar. Er bleibt bei einem Punkt. Ja, dann können wir mal wieder eine Übersicht machen. Und die Spannung, sie ist riesengroß. Ja, leider kann man es hier schlecht drauf erkennen. Ich gebe es Ihnen einmal so. Auf Platz eins. Mit je elf Punkten. Jano Pedersen und Hans Nielsen. Auf Platz drei. Mit neun Punkten. Kelvin Tatham. Jimmy Nielsen. Viktor Kuznetsov. Dann haben wir mit sieben Punkten. Eric Gundersen. Tommi Knudsen. Sam Ermolenko. Niel Ebitz. Mit fünf Punkten. Richard Dolomisiewicz. Chris Morten. Mit zwei Punkten. Amado Castaña. Mit einem Punkt. Mit Schirach. Und Androding Castro. Karl Mayer. Er hat ebenfalls erst einen Punkt. Ja, und jetzt wird die Spannung natürlich riesengroß. Im Heat Nummer 17. Natürlich. Am Start jetzt. Mit Rot. Jimmy Nielsen. Der neun Punkte schreibt. Mit Blau. Eric Gundersen. Der sieben Punkte schreibt. Mit Weiß. Richard Dolomisiewicz. Fünf Punkte hat er auf dem Konto. Und mit Gelb. Tommi Knudsen. Sieben Punkte schreibt er insgesamt. Ah, der Startmarschall. Er versucht natürlich die Fahrer schnellstmöglich an Startwand zu bekommen. Aber wir wissen es ganz genau. Es wird immer wieder versucht. Vor, zurück, vor, zurück. Das kennen wir aber schon. Was soll's. Die Fahrer. Sie stehen jetzt am Startwand. Wer kommt am besten weg? Und mit den roten oder ist es mit dem weißen Helmkappe? Mit der gelben Helmkappe auf dem ersten Platz. Tommi Knudsen. Tommi Knudsen auf dem ersten Platz. Auf den zweiten Platz mit... Rot ist es Jimmy Nielsen. Auf den dritten Platz mit Weiß. Richard Dolomisiewicz. Und auf den letzten Platz. Eric Gundersen. Oh, das ist natürlich ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis. Ja, Eric Gundersen. Er weiß. Er weiß, dass er... dass er kein Weltmeister mehr werden kann. Ja, und jetzt sehen wir ihn auch schon gar nicht mehr im Bild. Er hat einen Ausfall. in Führung, aber weiterhin im Lauf Nummer 17. Tommi Knudsen vor Jimmy Nielsen und Richard Dolomisiewicz. Letzte Runde wird angezeigt für Tommi Knudsen, der hier mit riesigen Pfiffen natürlich in diesem Lauf empfangen wurde. Da er ja mit einem Willi das Start- und Zielband durchfuhr. Aber Ziel ein Laufs im Heat Nummer 17. Drei Punkte. Tommi Knudsen schreibt somit insgesamt zehn Punkte. Und wir können es hier einmal sagen. Tommi Knudsen schloss auf den insgesamt sechsten Platz ab. Zwo Punkte. Jimmy Nielsen. Er hat zurzeit elf Punkte. Aber es kann ein Stechen geben. Dann einen Punkt. Richard Dolomisiewicz. Mit sechs Punkten schloss er auf einem sehr guten, für ihn sehr guten, elften Platz ab. Und Erik Gundersen, Ausfall, insgesamt schrieb er diesmal nur sieben Punkte, schließt als amtierender Weltmeister auf den zehnten Platz ab. Ja, dann kommen wir zum Heat Nummer 18. Ja, hier der polnische Fahrer wird nochmal von seinen Fans jubeln verabschiedet. Dann zum Heat Nummer 18. Mit rot. Antonin Kasper schreibt einen Punkt. Mit blau. Karl Mayer schreibt einen Punkt. Mit Schira mit weiß einen Punkt. Und Chris Morten fünf Punkte in gelb. Wer kommt am besten weg? Ja, Karl Mayer sehr schön bleibt der innen. Auf den zweiten Platz liegt der Entführunggang. Chris Morten. Auf den dritten Platz dann mit Schira. Und auf den letzten Platz dann zurückgefallen Antonin Kasper. Mit weiß aber jetzt mit Schira auf den letzten Platz. Antonin Kasper dritter. Chris Morten. Karl Mayer. Antonin Kasper. Und mit Schira. Ja, für mit Schira eine ganz, ganz schlechte Ausgangsposition. Und er wird auch, sollte er diesen letzten Platz belegen, insgesamt auf einem enttäuschenden 16. Platz bei diesem Speedway Einzelweltfinale abschneiden. Ja, Karl Mayer. Endlich mal zwei Punkte. Vielleicht, vielleicht. Auf den dritten Platz. Toni Kasper. Auch er. Sehr, sehr schlecht. Wie schon immer die kontinentalen Fahrer. Und auf Werner liefen. Bis natürlich auf Viktor Kuznetsov. Aber Ziel ein auf. In E-Nummer 18. Drei Punkte Chris Morten. Er schreibt insgesamt acht Punkte. Und schloss auf einem achten Platz ab. Zwo Punkte. Karl Mayer. Der somit insgesamt drei Punkte schreibt. Und mit diesen drei Punkten noch auf einem zwölften Platz abschloss. Einen Punkt für Antonin Kasper. Mit zwei Punkte schloss er auf Platz vierzehn ab. Und ohne Punkte mit Schira. Er bleibt bei insgesamt einem Punkt. Und Blamabel auf dem allerletzten. Auf den sechzehnten Platz schloss er ab. So, meine Speedway-Freunde. Jetzt geht es richtig dabei. Denn jetzt kommt man in den Start. Amado Kastanier. Dann Kelvin Tethem. Neun Punkte schreibt er. Viktor Kuznetsov. Zehn Punkte. Seth Ermolenko sieben Punkte. Unter diesen drei Fahrern, beziehungsweise unter Tethem Kuznetsov, kann der zweite oder drittplatzierte ausgemacht werden. Ja, und in Führung gegangen ist wiederum Kelvin Tethem. Kelvin Tethem auf den ersten Platz. Mit gelb. Seth Ermolenko auf den zweiten Platz. Viktor Kuznetsov mit Weiß auf den dritten Platz. Oh, Kelvin Tethem. Das wären 12 Punkte. Das könnte ein Platz auf dem Tretchen sogar bedeuten. Ja, es ist hervorragend. Es ist hervorragend. Kelvin Tethem auf dem ersten Platz. Aber auf den zweiten Platz. Seth Ermolenko. Und auf den dritten Platz Viktor Kuznetsov. Auf den letzten Platz Peter Wang direkt. Ja, Kelvin. Noch zwei Runden sind für dich zu fahren. Mit der Startnummer zwölf. Vielleicht schließt er mit zwölf Punkten dann auch ab. Hätte er vielleicht stark um 13 oder 14 gehabt. Wäre er vielleicht aufs Strettingen weiter nach vorne gekommen. Ja, sehr weit außen bleibt der. Sam Ermolenko greift nochmal an. Obwohl Sam Ermolenko nicht mehr ins Geschehen mit eingreifen kam um die Titelvergabe oder um Platz zwei und drei. Versucht er natürlich Kelvin Tethem noch wichtige Punkte abzunehmen. Aber der Vorsprung hat sich vergrößert. Es geht auf die Zielgeraden hier. Kelvin Tethem schaut noch einmal. Und die Punkte, die er in diesem Lauf nach Hause gefahren hat, es sind jetzt insgesamt zwölf Punkte. Und das bedeutet zumindest schon mal Platz Nummer drei. Und das ist, glaube ich, für Kelvin Tethem selbst eine Riesenüberraschung. Damit hatte wohl keiner gerechnet. Wie gesagt, Prognosen. Der Vater sagte, wenn mit viel Glück Platz fünf, eher Platz acht bis zehn. Ja, und wir blenden jetzt einmal gleich, glaube ich, Familie Tethem ein. Die Mutter, sie freute sich. Freudentränen standen in den Augen. Vater Kelvin Tethem daneben ergibt. Die Mutter ist die Dame mit dem Hut. Links daneben der Mann mit der Brille. Vater Tethem. Wie gesagt, zu diesen beiden hatten wir ein fantastisches Verhältnis. Wir haben sehr gut miteinander sprechen können. Aber, meine Damen und Herren, nun ist es soweit. Der alles entscheidende Lauf. 1986 beim 42. Einzelspeed der Weltfinale im Slasny Stadion in Katowic in Polen. Hans Nielsen in rot, elf Punkte. Marvin Cox in blau hat insgesamt drei Punkte. Jano Pedersen, Punkte gleich. Elf Punkte mit Hans Nielsen und mit gelb. Neil Hibbitz, sieben Punkte hat er. Es ist noch sehr viel offen. Es ist noch sehr viel offen. Sollte Hans Nielsen nur einen Punkt fahren, wäre er punktlich mit Kelvin Tethem. Jano Pedersen, sollte er einen Punkt nur fahren, wäre er ebenfalls punktlich mit Kelvin Tethem. Aber lassen wir uns überraschen. Wann geht der Startbahn hoch? Wer kommt am besten weg? Ist es Hans Nielsen mit rot? Ist es Hans Nielsen, der in Führung geht? Auf den zweiten Platz mit weiß ist es. Jano Pedersen, Hans Nielsen, Jano Pedersen, Neil Hibbitz und auf den letzten Platz Marvin Cox. Jetzt sind wir gespannt. Hält die Maschine. Oh, kleine Aussteiger von Hans Nielsen mit dem Vorderrad durchs Innenfeld. Es ist erlaubt. Es ist erlaubt. Er kann so fahren. Hans Nielsen in Führung. Jano Pedersen auf den zweiten Platz. Auf den dritten Platz mit gelb. Dann Neil Hibbitz und auf den letzten Platz Marvin Cox. Noch 2,5 Runden für Hans Nielsen. Dann stände er als Weltmeister fest. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Noch kann irgendetwas an der Maschine kaputt gehen. Noch kann er einen Fahrfehler haben. Noch kann Jano Pedersen aufholen. Und es wird. Aber schauen Sie sich den Vorsprung an. Riesengroß. Fast hätte ich gesagt, ist schon der sichere Sieg. Und Hans Nielsen, er schaut sich da jetzt um und sucht Jano Pedersen. Wo kann er sein? Das innere Gefühl. Es drückt. Es drückt. Er weiß. Ich stehe kurz vor meinem ersten Einzelweltmeister-Titel, den ich mir so lange wünsche. Zweimal hat mir Erik Gundersen ihn weggenommen. Letztes Jahr durch leicht John Cook. Und hier steht es fest. Wir haben einen neuen Einzelweltmeister 1986. Und dieser heißt, und das freut uns ganz besonders, aus Dänemark, Hans Nielsen, der hier von Jano Pedersen gratuliert wird. Und ich, meine Damen und Herren, möchte Ihnen einmal auch eine etwas niederschmetternde Mitteilung machen. Nachdem wir uns mit Hans Nielsen dann in unserem Hotel, im Nobhotel in Sosnovitsch, wo wir übernachtet haben, getroffen hatte, hat er uns erzählt, dass nicht Erik Gundersen, dass kein Ole Olsen und dass auch kein Tommy Knuts nach ihm hingekommen sind und ihm gratuliert haben. Und das, obwohl ein dänischer Fahrer Einzelweltmeister geworden ist. Nur Jano Pedersen hielt es für nötig. Und er hat sich mit Hans Nielsen über diesen Titel gefreut. Und hier haben wir ihn. Den neuen Speedway Einzelweltmeister 1986. Hans Nielsen aus Dänemark. Mit insgesamt 14 Punkten schloss er dieses Weltfinale ab. Und eine Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben. Und uns freut es genauso. Und hier der einzigste, der vom dänischen Team gratulierte, Jano Pedersen, der sensationell auf Platz 2 mit 13 Punkten abschloss. Vize-Weltmeister, wie gesagt. Und auf den dritten Platz, die Kamera schwenkt rüber. Sensationell für uns wiederum. Ein Freude strahlender Calvin Thetem. Und die drei Mannschaften. Auf Platz 1, wie gesagt, Hans Nielsen erfährt für Oxford. Auf Platz 2, Jano Pedersen erfährt für Kretli. Und auf Platz 3, Calvin Thetem, der in Coventry fährt. Sie bekam sehr schöne Geschenke. Hier ist ja, in Polen, wir kennen es ja, jedes Mal wieder gibt. Und jetzt lassen wir einmal den Ton etwas leiser werden. Hier sehen wir nochmal alle drei Fahrer. Hans Nielsen, Jano Pedersen, Calvin Thetem. Kommen wir zur weiteren Punkteverteilung. Auf Platz 4. Und das ist auch sensationell. Ein Weltfinale, was sensationell endete. Mit Platz 4, Jimmy Nielsen, 11 Punkte. Platz 5, bester kontinentaler Fahrer, Viktor Kuznetsov, mit 11 Punkten. Auf Platz 6, mit insgesamt 10 Punkten, Tommy Knudsen. Auf Platz 7, mit 9 Punkten, Sam Ermolenko. Auf Platz 8, mit 8 Punkten, Chris Morten. Auf Platz 9, ebenfalls 8 Punkte, Neil Evitz. Auf Platz 10, abgeschlagen, mit 7 Punkten, Erik Gundersen. Auf Platz 11, Richard Dolomisiewicz, mit 6 Punkten. Auf Platz 12, dann doch noch Kali Mayer, mit 3 Punkten. Auf Platz 13, haben wir dann Marvin Cox, ebenfalls 3 Punkte. Platz 14, Antonin Kaspar, 2 Punkte. Platz 15, für den vorletzten Amado Castaño, der ja einen Beinbruch sich zugezogen hat. Und auf dem letzten Platz, mit einem Punkt, schließt ab, Nitschira. Aber hier sahen wir nochmals den Weltmeister, jetzt den zweitplatzierten erstmal, Jano Pedersen. Bespannt hören Sie der dänischen Nationalhymne zu. Und wir, meine Damen und Herren, wir dürfen uns schon mal verabschieden. Hier, Calvin Thetem, nehmen wir natürlich hier auch auf diesem Wege für den Rest der Saison. Natürlich nicht nur diesen Fahrer, allen Fahrern, die hier am Weltfinale teilgenommen haben. Hier hatte Hans Wielsen vor lauter Freude, hat er schon gedacht, die dänische Nationalhymne wäre zu.